Hallo und herzlich willkommen zum Andersrum-Tag und deswegen begrüßt euch heute mal der Falk. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen zum Text-Adventure-Podcast, der Text-Adventure-Podcast, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte, der Podcast, in dem wir Text-Adventure spielen, verdammte Scheiße, so jetzt kommen hier 245 oder was ist es? Ja, haben wir eigentlich schon jemals ein Jubiläum gefeiert, so quasi 200, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, wir haben mal die 50 zelebriert. Völlig grundlos natürlich, klar, aber ja, ne Jubiläen, das macht man kurz vorm Tod. Na gut, das passt ja, wir sind ja gerade auf dem Friedhof und haben schön in die Fresse bekommen, das letzte Mal. Obwohl, wir wissen es nicht, ne? Äh, naja, also, es fühlte sich so an. Also, kann ja auch die Magen gegen gewesen sein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall beginnen wir gerade das zweite Kapitel, äh, in Klammern zwölf Jahre früher, ja, das heißt, wir sind aus den Latschen geschlagen worden und träumen jetzt wahrscheinlich und sind jetzt am Grab von Walter Kollitz. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wer das jetzt eigentlich ist, ob unser Papa oder der... Ne, es steht ja da, du stehst vor dem Grab. Achso. Also vor dem offenen Grab deines Vaters. Wir können es sowieso nochmal vorlesen. Ja. Also, zweites Kapitel, in Klammern zwölf Jahre früher. Mhm. Grab von Walter Kollitz. Du stehst vor dem offenen Grab deines Vaters. Der einfache, hellbraune Sarg wurde bereits hinuntergelassen. Neben dem Grab befindet sich ein Erdhaufen. Soweit, so üblich. Ein paar Männer auf der anderen Seite der Grube sehen dich teilnahmslos an. Richtung Süden geht es zum Ausgang des Friedhofs. Das ist der andere Teil der Familie. Okay, ja, schön. Also genau, dieser Walter Kollitz ist also scheinbar dein Vater. Ja. Jetzt muss ich ehrlich zugeben. Oder er wird einfach in das Grab unseres Vaters gelegt. Mhm. Also vielleicht war einfach nicht genug Platz. Also die Leiche, genau. Ich sage, pass mal auf. Aber zumindest stehen wir am Grab von Walter Kollitz, welcher unser Vater ist. Wen sie da reinlegen, ist jetzt mal was anderes. Ja. Nee, was ich sagen wollte ist, oder ich kann mich nicht mehr erinnern, letzte Folge, glaube ich, war es, wo wir doch mit dieser Metall-Roll-Ding, ne, die Tür aufgeschlagen haben. Ja. Und hieß der Typ, der da drauf, für den das sein sollte, dieser Sarg, nicht auch Kollitz? Ich weiß es nicht. Oder war das doch was anderes? Weil ich meine, als wir das letzte Mal das gelesen haben, haben wir nicht so getan, als wäre das jetzt irgendwie ein Bekannter. Ja, ich sage es jetzt mal mit deinen Worten, die du ja sonst immer anbringst. Wir können es herausfinden, indem wir einfach mal weiterspielen. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Okay, also, was machen wir? Wir gehen direkt nach Süden, oder wollen wir erstmal die paar Männer angucken? Die dicken Männer. Das habe ich einfach angenommen, es tut mir leid. Ja, du bist, du fettschämst die hier. Also, untersuche... Männer. Männer. Pass auf diesen, die werden als dick beschrieben. Ach nee, Totengräber in Klammern. Drei Männer in Arbeitskleidung mit Schaufeln, die nur darauf warten, dass du endlich gehst, damit sie das Grab zuschaufeln können. Mhm. Okay, deshalb der teilnahmslose Blick. Aber die können vorher noch den Sack zumachen, oder? Bevor die da Erde draufkippen. Also gerade gesagt, Sack oder Sarg? Sarg. Ja, okay, weil man ja nochmal den Sack zumacht, verstehst du? Meint damit natürlich meist was anderes, aber okay. Ja, nun, also, warte, wir können ja nochmal alles angucken, bevor wir uns umdrehen, oder? Untersuche Sarg. Ach du liebe Zeit. Gut, das ist aber ein langer Text. Aber echt. Du bist dran. Ich habe letzte Woche schon so viel gelesen. Irgendwie kannst du noch immer nicht glauben, dass er wirklich da unten liegt. Bachtart, entfährt es dir unvermittelt. Sollte da stehen Bastart, oder ist Bachtart irgendwas anderes? Ich verstehe es auch gerade nicht. Also mir wäre das Wort nicht bekannt, aber ich bin ungebildet. Die drei Männer sehen dich kurz gegenseitig verdutzt an. Ein einfaches Hohlkreuz wurde schon angebracht. In schwarzer Schrift steht da nur Walter Kollitz, 21.1.1923 bis 21.5.1985. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt. Kein Winkel im Grab deines Vaters liegt im Schatten. Und der Sarg, der nicht aus mehr als einer Art besserer Pappe besteht, scheint in der Tiefengrube fast wie Gold zu leuchten. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Alles an, was du denken kannst, als du in den wolkenlosen blauen Himmel schaust, ist deine Mutter. Ich kann nicht weglaufen. Ich muss zur Polizei gehen und sagen, ich war das mit dem Juwelier. Und auch das mit dem Tankwart und seiner Frau. Hans wird Mutter sonst töten. Achso, ich dachte, die Mutter spricht jetzt. Hans wird Mutter sonst töten, bevor sie ihn dafür drankriegen würden. Ich kenne ihn. Nicht mal davor würde er zurückschrecken, obwohl sie immer für ihn gesorgt hatte. So wäre es jetzt der Hans. Ey, ohne Scheiß, die Texte bringen mich übel durcheinander. Ja, niemals. Ich muss zur Polizei. Also denkt er jetzt selbst oder was? Und er war es, also wir selber sind es mit dem Juwelier gewesen, auch das mit dem Tankwart und seiner Frau. Ah ja, genau. Irgendwer namens Hans wird Mutter sonst töten. Ja. Wie sonst. Sonst bezieht sich doch auf den Satz davor. Hans wird Mutter sonst töten. Also wenn wir das nicht sagen. Achso. Wenn wir nicht. Achso, im Sinne von ich kann nicht weglaufen. Ja, wenn wir weglaufen. Dann würde, wenn, genau. So, obwohl sie immer für ihn gesorgt hatte. So, aha, das heißt, Mutter hat immer für Hans gesorgt, wer Romaiher ist. Vielleicht sind wir Gretel. Niemals hat sie ihn spüren lassen, dass er nicht ihr eigenes ist. Aha, okay, er ist also adoptiert. Trotzdem hat er sie immer wieder dafür bestraft. Und mich einfach, weil ich ihr Sohn bin. Pissfresse war ich für ihn nur. Also Hans oder was? Ne, ich, also wir. Ne, ich meine jetzt, der Fremde. Der Fremde ist, ja, ja, aber er ist Pissfresse. Er ist Hans. Was? Achso, ja, er ist Hans, genau. Also er ist, so, ja. Die Gaumenspalte war nach der Operation fast nicht mehr zu sehen. Aha. Ja, trotzdem musste er mich und alle anderen immer daran erinnern. Aha. So ist er und war er schon immer. Aber das war nichts gegen seine Punkt, Punkt, Punkt. Du schaust wieder in das Loch, in dem dein Vater liegt. Und du? Frage, Zeichen. Das Einzige, was Hans immer richtig gemacht hat, war, dass er nie Angst vor dir hatte. Nicht vor deinem Gürtel, vor gar nichts. Hans, du hast ziemlich schnell begriffen. Du, Bachtart, entfährtest du wieder. Die Männer starren dich halb überrascht, halb belustigt an. Aber Hans kriegte Diamanten nicht. Nein, niemals. Okay. Bitte, was? Ich kann nicht mehr folgen, ganz ehrlich. Okay, ich hab das gecheckt. Also der Vater, der war doof, weil der hat die Kinder gehauen mit dem Gürtel. Also ich nehme nicht an, dass der Vater irgendwie ein Schneider war und die Kinder beraten hat, welche Gürtel zu ihrem Anzug am besten passt. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Und daher war das doof. Und der Hans, der hat aber keine Angst, weil der Hans, der war irgendwie auch ein Arschloch. Aber vielleicht ja, deswegen war der Vater auch so komisch war. Und irgendwas war mit einer Gaumenspalte. Irgendwer hat irgendwie eine Operation gehabt. Und der Hans hat dann immer gesagt so, haha, du hast ja eine Gaumenspalte gehabt früher. Ich weiß nicht, warum das wichtig ist und was genau eine Gaumenspalte ist. Scheinbar hast du es ja super gerafft, aber ich finde den Text mega umständlich. Ja, ich spiele jetzt schon länger Text-Adventure. Also ich kann nur schwer folgen, aber hey, es ist spät. So. Also, Hans kriegt die Diamanten nicht. Nein, niemals. Genau, das ist die wichtige Information. Aber wer sagt das jetzt? Der Vater oder was? Ne, wie? Ja, der Vater, genau. Der geht nochmal, der sagt so, ey, warte, ich bin ja doch, ich habe nur geschlafen. Hört mal auf, jetzt Erde in das Loch zu machen. Helfen mir lieber raus. Und übrigens, der Hans, der kriegt die Diamanten nicht. Genau. Okay, also. Jetzt haben wir den Sarg ausgecheckt. Wir haben die Männer gecheckt. Den Erdhaufen können wir noch checken. Erdhaufen. Der Haufen ausgehobener Erde wird nicht mehr lange hier sein. Ja. Kein Scheiß. Ja, er hat nur was vor. Hellbrauner Sarg. Ja, nee, dann können wir eigentlich nach Süden, oder? Okay. Ja, oder? Ja. Nee, warte. Ja, was nun? Ja. Ja, also, ich meinte, nee, was ist zum Spiel? Genau, weil ich habe nämlich Süden eingegeben. Ich bin schon mal, habe schon gedacht, komm, wir laufen schon mal los. Und dann sagt das Spiel. Noch nicht. Ich habe noch etwas zu erledigen. Mhm. Okay. Vielleicht mit den Totengräbern quatschen? Ich, ich, schauen wir doch mal in unsere, äh, Jackentaschen. Ja. Bestimmt. Wir haben genau eine Jacke, die wir angezogen haben. Okay. In runden Klammern dahinter steht das. Ich, ja, ich untersuche mal die Jacke, ähm, weil es ja sein könnte, dass in der Jacke etwas drin ist, in den Taschen oder so. Mhm. Und jetzt kommt nur eine Beschreibung, wer wir sind. Der Name ist Karl Kollitz. Wie hieß der Typ im Sack nochmal? Ach, Walter Kollitz. Walde. Walde Kollitz. Karl Kollitz. K.K. Mhm. Äh, du hast seit zwei Tagen nicht geschlafen. Deine Augenschmerzen, auch bei der Zugfahrt her, konntest du keine Minute Schlaf finden. Du nimmst deine dicke Brille ab und putzt die Gläser an deinem Hemd. Als du nochmal an das Grab schaust, äh, kannst du nicht einmal den Sarg erkennen, so schlecht sind deine Augen mittlerweile geworden. Alles, was du sehen kannst, ist eine unscharfe, gleißende, helle Fläche, die sich in dem Loch befindet. Du setzt die Brille wieder auf. Gleißende. Ach so, wegen der Sonne. Richtig. Ja, oder weil da gerade ein christliches Spektakel stattfindet. Also, als es zum Beispiel ein Engel erscheint. Ich bin da nicht ganz, okay, alles klar. Ich hätte sonst gesagt, ich bin nicht ganz firm in der ganzen Christensache, aber ich glaube, so ein Spektakulum geht da nicht so ab. Aber hey, ich kenn mich nicht aus. Du, ja, das sind halt die Wunder, die ab und zu mal passieren. Okay, das muss wohl so sein. So, du setzt die Brille wieder auf, Punkt. In dem linken Ärmel deiner alten speckigen Jeansjacke kannst du den großen eingedruckten Fleck erkennen. Es könnte sich um Schokolade, Tinte oder Ketchup handeln, aber du weißt, was es ist. Aha. Cool. Du trägst die alte speckige Jeansjacke das ganze Jahr über, da dir durch seine Größe und Statur kaum welche passen. Auch diese ist dir zu klein. Und jetzt ist da auch noch dieser dunkle, große Fleck an deinem Ärmel. Als Hans dir aufgetragen hat, die Leiche des Juweliers in den hinteren Raum des Ladens zu ziehen, hast du ihn an den Schulterteilen seines Anzugs gepackt. Trotz der großen Blutdare kam immer noch sehr viel wässriges Blut aus seinem eingeschlagenen Schädel, dass es dir in einem warmen Schwall über den Ärmel in... Und deine Hand. Und deine Hand lief. Aha. Du greifst in die Jackentasche, um sicherzustellen, dass der kleine Plastikbeutel noch da ist. Aha. Also haben wir es jetzt erstmal schwarz auf weiß. Du und dein Bruder, Hans Kollitz, also du im Sinne von wir, haben einen Dings überfallen. Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Wir haben vielleicht den Besitzer des Juwelierladens freundlich darauf hingewiesen, dass wir gerne ihm seine Steinchen abnehmen würden, um ihn von der Last des Reichtums... Wissen wir erstmal noch nicht, ne? Also erstmal haben wir den in den Kopf eingeschlagen. Vielleicht haben wir auch gar nichts mitgenommen. Ja. Dann sind wir ja diesbezüglich unschuldig. Naja, wir haben einen Plastikbeutel in der Tasche. Den wir jetzt mal untersuchen können. Und das ist schon wieder so ein dicker Text. Den kannst du jetzt mal lesen. Was? Echt? Wieso? Hä? Wieso haben wir den? Achso, den haben wir jetzt in der Tasche gefunden. Den haben wir jetzt... Ja, was heißt der gefunden? Ja, also jetzt wurde er nochmal daran erinnert, dass der Plastikbeutel ja da ist. Achso. Komm mal, das kennst du doch. Weißt du, du hast hier Diamanten, da Diamanten. Man schmeißt die mal hier rum, füttert die Tauben damit und so weiter. Und dann weiß man manchmal einfach nicht, ob du noch welche mit dabei hast oder nicht. Und ob das wieder Koks in der kleinen Plastiktasche ist, die da noch dran hast oder ob das irgendwie einfach Diamanten sind. Man kennt das. Ja, geht mir mit den 500er Scheinen immer so. Ach, ja. Kennst du einen? Die brennen so schlecht, wenn man sich eine Zigarre anstürzen will. Das klappt überhaupt nicht wie im Film. Naja, so jetzt Plastikbeutel untersuchen. Ein kleines Plastiksäckchen. Eigentlich fünf ineinander gesteckte Plastiksäckchen. Den Inhalt kannst du nicht sehen, aber du kennst ihn ohnehin. Du hast sie ja selber hineingegeben. 56 kleine Diamanten. Sie sind derzeit ungefähr eineinhalb Millionen Mark wert. Das hat euch jedenfalls der Juwelier gesagt. Wahrscheinlich bevor wir ihn, aber gut. Eine Frage lässt dir keine Ruhe. Wie kann es sein, dass er so wertvolle Diamanten in seinem Geschäft hatte? Der Laden war wirklich nichts Besonderes. Hätte Hans ihn nicht so brutal geschlagen, hätte er euch wohl auch nie den zweiten Tresor unter dem zweiten losen Fliesen in der Toilette gezeigt. Was nochmal? Zweiter Tresor unter den zwei losen Fliesen in der Toilette. Okay. Was ein Fuchs. Es war wahrscheinlich sein letzter verzweifelter Versuch, zumindest sein Leben zu retten. Und ich? Ich konnte wieder nichts tun. Ich war wie gelähmt, als Hans ihn geschlagen hat. Hab mich einfach zur Seite gedreht und nur auf den Boden gestarrt, bis es vorbei war und er keinen Murks mehr von sich gab. Mucks. Nicht Murks. Aber ist auch richtig. Genauso wie damals. Ach, damals. Moment, jetzt hat der Text aber... Auf der Flucht vor der Polizei hat Hans den kleinen Beutel dann verloren, ohne es zu merken und du hast ihn aufgehoben. Du drückst das Säckchen so fest zusammen, dass deine Handflächen schmerzt. Oh, da gehen gleich die Diamanten noch kaputt. Diese verfluchten Dinger. Hans darf sie nicht bekommen. Niemand soll sie bekommen. Du lässt das Säckchen in der Jackentasche. Die Gefahr, dass die Männer, die mit dir am Grab stehen, es sehen können, ist zu groß. Das heißt, also warte mal, wir wissen ja nicht, wie lange der Raub her ist, aber scheinbar wird, also wir werden nicht gesucht. Also mit unserem Gesicht zumindest nicht, ne? Ja, oder vielleicht kommt die Polizei hier angefahren und macht's wui, wui, wui. Und dann, ja. Und das ist jetzt die letzte Aktion, die wir noch machen, unserem Vater Tributzollen oder so. Warte mal, 1985 steht da oben. Ich meine, was machen wir überhaupt hier? 85? Ja, fragt man sich, ne? Also wir haben jetzt, warte mal, Inventar, mal gucken nochmal. Man soll es natürlich richtig schreiben. In, Netter, naja. Ja, aber wir gehen jetzt einfach nach Süden, oder? Ja, steht immer noch da. Noch nicht, ich habe noch etwas zu erledigen. Du tastest nach dem kleinen Säckchen in deiner Jackentasche. Okay, also pass mal, einfach mal öffnen. Hier, nee, ich glaube, es geht darum, dass wir das in den Sarg schmeißen. Damit Hans es nie bekommt. Ach so, ich bin meine. Für Säckchen in Sarg, boom. Ah, und jetzt, oh man, jetzt kommt auch, jetzt kommt auch alles zusammen. Aber nee, es geht nicht, weil die Männer sollen das nicht sehen. Ja, pass auf, pass auf, soll ich dir erzählen? Nein, pass auf. In die Erde, oder was? Die drei Männer kriegen das dennoch irgendwie mit. Wir müssen jetzt wahrscheinlich, das Rätsel ist, dass irgendwie, ohne dass es die Männer sehen, da rein zu werden. Aber die sehen es doch. Sie sehen es doch. Und 15 Jahre später, verstehst du, ist wahrscheinlich die Mutter gestorben. Vielleicht erinnern wir uns gerade falsch, dass wir letzte Woche einen Männernamen vorgelesen haben. Vielleicht war es die Mutter und die wird neben den ollen Kollitz da gelegt. Das heißt, sie müssen eh reinbuddeln. Und du meinst, da kann man nochmal den kleinen Beutel wegsnacken. Ja, irgendwie, das ist die Geschichte, hat gerade ein Loch in meinem Kopf, muss ich eigentlich zugeben. Das ist nicht ganz logisch, aber hey, irgend sowas, verstehst du? Vielleicht können wir uns hinhocken oder so, weißt du, oder schau dich um. Vielleicht liegt da noch irgendwie eine Rose rum. Stimmt. Nimm Erde oder sowas. Ja, lass mal, nimm Erde. Der Erdhaufen ist fest. Der Erdhaufen ist fest, er sollst du auch nicht in den Haufen nehmen, du Deppel. Pass auf, Steckbeutel in Erde, weißt du, dass man das so da rein tut. Gut, nee, das geht nicht. Oh, wir können sowas rufen wie, hey, guckt mal da hinten, ein dreiköpfiger Affe. Und dann drehen sich alle um und dann... Wir können erstmal den Beutel öffnen. Mal gucken, was er da sagt. Öffne. Ja, aber dann, das geht doch nicht. Wir können doch mal gucken. Besser nicht, du hast das Plastiksäckchen sorgsam mit Klebeband umwickelt. Außerdem könnten dann die Arbeiter, die beim Grab stehen und darauf warten, dass du gehst, den Inhalt sehen. Okay. Wir können aber runterklettern. Was? Kletter in Grab. Ja, das ist genauso unnormal, wie man das kleine Säckchen da runterwerfen würde. Ja, das ist wie so eine Grabdreingabe. Ich rede was mal wieder. Das ist doch im alten Ägypten komplett normal. Dann machst du das? Okay. Ich kann nicht mit den Arbeitern reden. Ach so. An den Totengräber. Warte mal, rede mit Männern. Ah ja, hier, rede mit Männern. Na also, in Klammern Totengräber. Du blickst auf und sprichst einen der Männer an. Entschuldigung, kann ich hier allein sein? Was? Scheinen. Ach so, hat der einen Sprachfehler? Ach so, der Riss, ne? Von dem vorhin geschaut. Ach, deswegen. Deswegen sagt er auch Bastard oder Bachtart und nicht Bastard. Weil der einen kleinen Sprachfehler hat. Oh, jetzt. Aha. Also Text only. Nicht schlecht, aber gut. So schön es ist, muss aber wissen, ne? Also, okay. Entschuldigung, kann ich hier allein scheinen? Nur zwei Minuten bitte. Die Männer werfen sich ein paar genervte Blicke zu. Einer von ihnen schmeißt demonstrativ seine Schaufel auf den Erdhaufen. Dann gehen sie langsam zu einem etwas abseits gelegenen Baum und zünden sich jede eine Zigarette an. Okay, jetzt wirf Beutel oder wie hieß es? Beutel? Nee, Säckchen. Säckchen. So. In Grab, ne? Mhm. So sieht es nämlich aus. Dazu hebst du den Plastikbeutel erst auf. Okay, cool. Du drehst dich kurz zu den Männern um. Sie haben sich von dir weggedreht und rauchen ihre Zigarette. Langsam nimmst du den Plastikbeutel aus der Jacke und wirfst ihn in das Grab. Der Beutel landet genau auf dem Sargdecke. Okay, dann nimm Erde. Ach so. Nee, nee, nee. Nimm Schaufel. Ja, was ist das? Nimm Schaufel. Yes, in Ordnung. Wie sag ich mal? Schaufel. Schiff Erde. Schiff Erde in Grab. Oder so. Alter, wir sind einfach die fetten Pros, Mann. Du stichst mit der Schaufel in den Haufen Erde und wirfst eine Schippe auf die Stelle, auf der das Säckchen mit dem Diamanten gelandet ist. Nach ein paar Schippen ist es mit Erde bedeckt und nicht mehr zu sehen. Die Männer kommen langsamen Schrittes zurück. Du gibst einem von ihnen die Schaufel. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, beginnen sie das Grab zuzuschaufeln. Dein Entschluss steht fest. Ich zitiere. Es ist Zeit, zur Polizei zu gehen und die Schuld für den Überfall und den Mord auf mich zu nehmen, damit er Mutter nichts antut. Du schaust Richtung Süden zum Ausgang. Aber ich schicke das noch nicht ganz so. Warum? Zwei Punkte haben wir bekommen. Ja. Das mit der Mutter habe ich auch noch nicht. Aber warum will Hans jetzt hier zur Mutti? Ja, weil der wahrscheinlich denkt, dass vielleicht sie... Ja, was soll sie denn? Woher soll sie denn die Diamanten haben? Man, vielleicht... Naja, man weiß es ja nicht mehr. Es ist so eine Verbrecherfamilie, weißt du? Ja. Da sind so alle irgendwie schlitzohrig unterwegs. Aha. Ah, gut. Okay. So, Süden. Du gehst langsam Richtung zum Ausgang. Bumm. Drittes Kapitel. Du wachst auf. Um dich herrscht absolute Dunkelheit. Wir sind aber immer noch 1985, steht da. Ja. Aber es ist ja auch nur... Ah, nee. Nee, doch. Anführungsstrichen. Er hat mich gesehen, verdammt. Und dich auch. Obwohl die Stimme ganz dumpf klingt. So, als ob man sie hinter verschlossenen Türen vernimmt. Erkennst du sie sofort. Das ist die Stimme des, in Anführungsstrichen, Gärtners. Aber wir können doch nicht, erwidert ein anderer Mann. Diese Stimme kennst du nicht. Halt's Maul und tu, was ich dir sage, unterbricht ihn der Gärtner. Da, meine neue Ohr. Moment, 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 Moment. Ja? Die Stimme, die man da hört, aber wir können doch nicht. Es ist auch jemand mit Sprachfehler. Ah. Siehst du? Da steht nicht können, da steht schönen. Da ist auch wieder ein Typ mit Sprachfehler. Oder das sind wir. Also nicht, dass es schlimm ist. Ich will nur sagen, falls wir es später im Spiel noch brauchen. So detektivisch, verstehst du? Ich wollte es da anmerken. Es könnte auch einfach nur ein Rechtschreibfehler sein. Es könnte auch nur ein Rechtschreibfehler sein. Okay. Also da, meine neue Ohr. Du kannst das höhnliche Grinsen auf seinem Gesicht fast vor dir sehen. Glaubst du, dacht er tot ist? Oder ist das einfach hässlich? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nee. Frag die andere. Woher soll ich das wissen? Hast du ja selber gesehen. Hab ihn einfach umgehauen und er war weg. Ist ja auch scheißegal. Lebt sowieso nicht mehr lange. Jetzt müssen wir zwei beschissene Löcher graben. Jetzt müssen wir zwei beschissene Löcher graben. Wieso zwei? Ja, für den Sarg noch, der da ... Eigentlich sollte ich mir dich auch gleich vornehmen, fährt er, nach einer kurzen Pause in ruhigeren, aber deshalb nicht weniger bedrohlichen Ton fort. Hätte Mutter mir es nicht erzählt, die ganze Zeit habe ich geglaubt, ich hätte die Steine auf der Flucht verloren. Das sollte eigentlich schon reichen, dass ich dich gleich mit alle mache. Also ist einer von den zwei Hans? Ich glaube, das sind wir beide. Also weißt du, die Brüder unterhalten sich, glaube ich, oder? Weil ... Ja, es würde jetzt mit dem Sprachfehler Sinn machen. Ich dachte, jetzt unterhalten sich die zwei halt der ... Ja, irgendwas mit dem Gärtner. Vielleicht gibt es ja noch einen Gärtner. Vielleicht waren wir ja auch Gärtner auch. Nee, aber vielleicht ist der Gärtner eben der Gärtner und der andere ist Hans. Der, der dir gegenüber vom Tor stand. Ja, aber Hans sagt ja jetzt, hätte Mutter mir es nicht erzählt. Die ganze Zeit habe ich geglaubt, ich hätte die Steine auf der Flucht verloren. Das sollte eigentlich schon reichen, dass ich dich gleich mit alle mache, weißt du? Ja, der Gärtner. Aber der Bruder hat doch die Steine verloren. Die beiden Brüder haben doch hier den Steinheini überfallen. Dann hat der Bruder das Säckchen verloren. Der andere hat es eingesteckt und nichts gesagt. Ja, stimmt. Ja, wir können jetzt mal weiterlesen. Also, dich hier mit allem. Aber oben steht doch noch, das ist die Stimme des Gärtners. Ja, eben. Erwidert ein anderer Mann, das ist der mit dem Sprachfehler. Ja. Diese Stimme kennst du nicht. Oder auch schon mal nicht für Hans sprechen, ist auch schon mal doof. Ah, stimmt. Halt's Maul und tu, was ich dir sage, unterbricht ihn der Gärtner. Okay, also der Aggressive ist der Gärtner in dem Gespräch. Ja. So, da meine neue Urhehehe auf seinem Gesicht fast vor der SING, glaubst, glaubst du, dass er tot ist, sagt jetzt also quasi der andere wieder. Genau, fragt der andere. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal, aber ich raff sonst nicht. Ich glaube, das sind dir. Woher soll ich das, nee, da oben steht doch, aber wir können doch nicht, erwidert ein anderer Mann. Also ist der, der mit dem Sprachfehler in diesem Text ist, ein anderer Mann. Weder wir noch der Gärtner, scheinbar auch nicht Hans. Na, keine Ahnung. Ja, also da meine neue Urhehehe ist, höhnische Grinsen auf seinem Gesicht fast, also man kann es vor sich sehen, also, ne, so. Jetzt kommt der Text, glaubst du, dass er tot ist, fragt der andere. Woher soll ich das wissen, wahrscheinlich der Gärtner, hast du das selbst gesehen, hab ihn einfach umgehauen, genau, das sind wir, die reden über uns. Und er war weg, ist dir auch scheißegal, lebt sowieso nicht mehr lange, jetzt müssen wir zwei beschissen, okay, bla. Jetzt kommt der neue Text, der neue Paragraf. Eigentlich sollte ich mir dich auch gleich vornehmen. So, jetzt ist die Frage, ist das, der Gärtner, fährt er nach einer kurzen Pause, in ruhigem, aber deshalb nicht weniger, genau, hätte Mutter mir's nicht erzählt, ja, den Satz verstehe ich dann in dem Zusammenhang nicht, also, aber ist okay. So, also, auf jeden Fall, Mutter hat dich erzählt, die ganze Zeit hab ich geglaubt, ich hätte dich auf der Flucht verloren, das sollte eigentlich schon reichen, dass ich dich auch glücklich mit alle kommen, und dann kommt jetzt ein neuer Text. Tu ihr nur bitte nicht, sagt der andere, in seiner Stimme liegt Verzweiflung. Hey, ich halte mich an unserer Abmachung, Pissfresse. Ah, hier, Pissfresse, so. Das heißt, er redet mit uns, also mit, ja. Und das ist unser Bruder. Und vielleicht war der ja Gärtner. Aber dann hätten wir den doch da irgendwie erkannt, oder? Stimmt, ja. Na gut, egal, reden wir weiter. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Du sagst mir, wo die Steine sind, und ihr passiert nichts, antwortet der Gärtner. Da siehst du, also sagt, der Gärtner sagt Pissfresse. Hä? Ich raff's nicht. Das muss doch dann unser Vater oder Bruder, ich versteh's nicht. Wahrscheinlich, ja, genau. Also, es müsste eine Hand sein. So, in einem fast beleidigten Tonfall. Sieh das doch positiv. Nee, sieh das Ganze positiv, fährt er weiter fort. Ich hab dich aus dem Knast geholt. Ich hätt' ja gern deine hässliche Fresse gesehen, als dich der Doktor in den Sarg gepackt und dir die Schmink ins Gesicht geschmiert, weil es geschmiert hat. Er lacht auf und zieht die Nase hoch. Die beiden Männer sagen nichts mehr. Und dafür wurde Bild und Ton entwickelt. Ohne Scheiß, ich kann dem Text nicht mehr folgen. Okay, warte. Ich raff's nicht mehr. Reiß. Oh, das ist halt komisch geschrieben, aber ... Also, das ist drittes Kapitel. Und jetzt kommt eine neue Überschrift. Dunkelheit. Du weißt nicht, wo du bist. Dein Kopf tut weh und du hast das Gefühl, als würdest du dich auf einem schwankenden Schiff befinden. Okay, also, fühl dich um. Nee, ich mach trotzdem mal schau dich um, auch wenn es dunkel ist. Schau dich um. Okay, der gleiche Text. Inventar gucken wir mal, ob wir vielleicht an uns was fühlen können. Ah ja, pass auf. Wir haben einen Mantel. Genau. Und weiß, gibt's. So, das heißt, wir sind wieder die Person von am Anfang, ne? Ich nehm's an. Also, hier aber der Mantel, in Klammern steht, du trägst ihn noch, weißt aber nicht, was in seinen Taschen ist. Also, wir untersuchen mal den Mantel. Aha. Zuerst greifst du in deine linke Manteltasche. Nichts. Deine ganzen Sachen sind weg. Dann untersuchst du die rechte Tasche. Im Mantel befindet sich die Schachtel Streichhölzer. Geil, kann ich dir ganz Mist anzünden. Wach machst du den mit den Arzt? Was machst du? Was? Hörst du den anderen plötzlich fragen? Also, was machst du mit dem Arzt? Okay. Na was wohl? Antwortet der Gärtner beiläufig. Aber könnte, also ich überspringe jetzt die Sprachfehler. Aber könnte er nicht einfach dicht halten, wenn du ihm nur sagst, wo seine Frau ist? Er hat ja auch gegen das Gesetz verstoßen. Er hat so getan. Schön, das ist so lange gedauert, aber es sind übel die Sprachfehler drin. Also, es ist schwer zu lesen. Er hat so getan, als wäre, genau, als wäre ich tot, dass ich aus dem Gefängnis abhauen konnte. Da ist er ja dran schuld. Was? Ich raff's nicht mehr, echt nicht. Unsere Frau oder was? Okay, also, ich glaube, ich glaube, dass wir jetzt in dem Sarg sind, wo wir vorher noch dachten, also, den wir dann durch die Tür gerammelt haben. Weil in dem Sarg war doch das Metaillon und da war ja irgendeine Frau drin. Und jetzt reden die hier von so einer Frau und so. Weißt du? Also, vielleicht ist das so ein Sprung in der... Aber was, guck mal, und dann sagt er noch, er hat ja auch gegen das Gesetz verstoßen. Okay, würde ich noch verstehen, weil wir halt den Raubüberfall, okay. Und dann steht da aber, er hat so getan, als wäre ich tot. Auf was ist das? Auf was bezieht sich das? Also, ich könnte mir vorstellen, wir haben ja ganz am Anfang... Dass ich aus dem Gefängnis abhauen konnte, da ist er ja dran schuld. Also, ist es nur Hans oder nicht? Ich habe es nicht. Auf jeden Fall sind wir ganz am Anfang, als wir das erste Mal auf den Friedhof gekommen sind, haben wir ja Leute am Sarg beobachtet, die da irgendwie so geguckt haben. Vielleicht ist das jetzt diese Situation. Also, das erklärt jetzt keine deiner Fragen, aber... Ja, ich weiß es nicht mehr. Wir lesen einfach mal weiter. Warte mal, wie lange haben wir? Ah, halbe Stunde, das geht noch. Also, die Folge. Du bist derselbe Idiot geblieben, oder nicht? Das war schon immer dein größtes Problem. Naja, das und deine hässliche Fresse. Außerdem müsste für deinen genialen Plan seine Frau noch am Leben sein. Cool. Sobald wir hier fertig sind, erledige ich ihn auch. Das Zeug, das ich dem Herrn Doktor gegeben habe, wird nicht mehr lange wirken. Und wir können es nicht riskieren, dass er aufwacht und am Parkplatz Krawall macht. Der andere Mann erwidert nichts. Aber der Typ mit dem Gips und unsere Frau haben sie schon umgebracht. Das heißt, die hat zwar noch ein paar SMS geschrieben, aber mittlerweile ist sie nicht mehr. Hat die nicht am Anfang noch SMS geschrieben, ob wir gut angekommen sind oder was? So, jetzt geht der Text noch weiter. Nee, wirklich? Das gibt's ja nicht. Lacht der Gärtner plötzlich laut auf. Das ist das Grab seiner Tante. Mann, das ist doch... Jetzt kann er sie nochmal besuchen. Jetzt hat er ja genug Zeit dafür. Sorry, Leute. Der Text ist mega wirgeschrieben. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, aber ich kann nicht folgen. Hier, stell ab. Du spürst eine leichte Erschütterung und das Geräusch sich von dir entferne. Er schritte auf dem Schotterweg. Der Gärtner lacht noch immer. Okay. Also sind wir jetzt unter der Erde? Nein, auf dem Schotterweg. Die haben einfach den Sarg dahingeschnippt. Sagst du. Ja, hier, pass auf jetzt. Öffne, Sarg. So. Du schlägst mit den flachen Händen gegen das harte Plastik, das sich nicht mehr als zwei Handbreit vor deinem Gesicht befindet. Dann versuchst du mit all dir zur Verfügung stehender Kraft das Plastik irgendwie aufzudrücken. Keine Chance. Okay. Wir können uns mal untersuchen dich machen. Mal sehen. Ah, so, hier. Dein Name ist Michael Bunte. Was? So, wir sind jetzt irgendwer komplett jemand anderes, ja. Im Moment weißt du nur das. Alles andere liegt buchstäblich im Dunkeln. So. Wir sind also weder Hans noch Karl noch Niki noch Schnuffi. Wir sind, ja, ein Arzt. Das würde natürlich erklären, dass irgendwer, also jemand Drittes, ja, mit diesem Sprachfehler gequatscht hat, dass plötzlich wir von vorhin sein können. Boah, Alter, ist ja so ein Tarantino-Ding, ey. Meine Güte. Ja, also wir sind der Dingsi und deswegen haben sich dort die beiden Brüder unterhalten und der eine Bruder ist ein Gärtner, nehme ich an, ja. So. Aber hätten wir dann nicht, als wir vorhin der andere waren, den Gärtner als unseren Bruder? Ja, das ist vielleicht noch ein anderer Gärtner. Ach so. Oder doch noch ein anderer, wie es andere ist, ich oder wir. Vielleicht gab es gerade eine Gärtnerkonferenz in der Stadt und dann. Ja. Naja, wahrscheinlich. Vermutlich, ja. So. Ja, cool. Wir haben vier Streichholze und einen Gips. Was machen wir? Also sind wir aber doch der, der vorhin auf dem... Hier, ey, ich habe eine Idee. Wir zünden mal ein Streichholz an und gucken mal, was im Sarg so ist. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sehen wir ja was. Zünde Streichholz an. Du zündest eines der Streichholze an. Okay, schau dich um. In deiner Hand befindet sich ein brennendes Streichholz. Du liegst offenbar in einer Art Kiste. Ja, geil. Cool. Was eine Erleuchtung hier. Aber warte. Ach nee. Ich habe jetzt nochmal in unsere Taschen geguckt und da wird jetzt aufgezählt. Wir haben den Mantel. Drei Streichhölzer, den weißen Gips und ein brennendes Streichholz. Ja, cool. Warte mal. Zünde Sarg mit Streichholz an. Das kannst du nicht anzünden. Das geht bestimmt. Schlag. Ich speichere mal kurz das Spiel. Nur zur Sicherheit. Kiste. Nicht, dass uns die Streichholze ausgehen und dann ist alles am Ende. Ja, irgendwann geht uns auch die Luft aus, ne? Schlagdeckel. Keine Antwort. Schlagdeckel. Keine Antwort. Okay, Streichholz ist gerade ausgegangen. Ja, meinst du auch. Also jetzt ganz ehrlich, außer wir hätten irgendwie so eine Art Crowbar. Wie sagt man? Oh hier, ich habe eine Idee. Wir können hin und her wackeln. Und dann kippt er um. Oder so. Außer wir sind halt in der Erde. Ne, wir sind noch nicht in der Erde. Woher weißt du das? Steht doch nicht da. Ich habe da so ein Gefühl für. Okay. Also gut, also wir würden wahrscheinlich Gespräche, die über der Erde stattfinden, schlecht hören. Okay, das gebe ich zu. So und dann. Also wackel hin und her oder was? Das ist doch ganz, das ist doch nicht aus Sex-Adventure. Wackel in Sarg. Ne, das versteht er nicht. Roll dich hin und her. Nice. Rollen. Roll Sarg. Wozu willst du den Sarg rollen? Ja, um rauszukommen. Öffne Sarg. Was? Lass mal hier so logisch dran gehen. Das ist ja unsere Stärke, glaube ich. Aber er redet ja von Plastik, ne? Wir haben ja eingegeben, zünde Sarg an und das funktioniert nicht. Aber wie wäre es mit zünde Plastik an? So, das kannst du hier nicht sehen. So, ähm, also ich habe jetzt versucht, das Plastik mal anzuzürgen. Warte mal, untersuche, warte mal, untersuche mal den Sarg. Haben wir ja noch nicht gemacht. Ja, das kann er aber hier nicht sehen. Du weißt nicht, wo du bist, dein Kopf tut weh und um dich herrscht absolute Ökonomie. Aber so richtig viel, ja? Ja. Ja, okay, stimmt. Oh, hier wird kein Rufen. Ne, warte mal, Ruf nach Hilfe. Weißt du, bevor man jemand sagt? Keine Antwort, okay. Ich habe nur Folgendes verstanden, Rufen. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, was? Schrei nach Liebe. Können wir irgendwas aufhebeln mit den Streichhölzern? Ich überlege gerade, kann man mit Streichhölzern was anderes machen, als das offensichtliche? Können wir uns selbst anzünden, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ähm. Also, weißt du, weil... Ich habe eine Idee. Beim Zwiebelschneiden hilft es ja, auf einem Streichholz rumzukauen. Bitte? Muss ja machen, ist gut. Also sollst du... Bitte? Ne, ist wirklich so. Also du kannst natürlich irgendwas nehmen. Aber Streichhölz ist halt praktisch, ne? Was? Ne, ist wirklich so. Also kann ich auch ein Kaugummi nehmen? Wahrscheinlich. Und das bringt genau nichts aus, dass ich ein Kaugummi kaue? Ne, ich habe die Erklärung nicht mehr im Kopf. Aber ich habe das ein paar Mal ausprobiert und bei nicht so starken Zwiebeln... Tatsächlich hilft das. Ja, weil die Zwiebeln nicht so stark ist. Ne, 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 es hilft schon. Ja, natürlich. Ja, aber nur, wenn der Mars in Alignment mit Orion steht oder was. Das wiederum kann sein. Das weiß ich. Das habe ich nicht gut checken in dem Tag. Oh Mann. Und da gibt es garantiert auf Amazon irgendwie so spezielle Zwiebelschild-Streichhölzer für 5,99, die man sich kaufen kann. Genau. Und Klangschalen, die man dazu benutzen muss. So, warte auf. Ich habe folgende Idee gehabt. Wollte ich gerade sagen, wer solche Sprüche bringt? Das Einzige, was wir haben, ist das Gipsbein. Und das habe ich jetzt mal untersucht. Stimmt, das haben wir ja auch noch. So. Vielleicht haben wir da eine Uzi drinne versteckt, weißt du? Richtig. Wobei die uns jetzt auch nicht. Eben. Obwohl, ich denke immer noch, dass wir unter der Erde sind. Ja, jetzt lies doch mal den Text. Ja, was hast du denn mit dem Gips gemacht? Ich weiß es ja nicht. Untersuchst. Ach so, dann musst du es auch sagen. Hab ich doch gesagt. Bin abgelenkt. Du versuchst mit der Hand das Gipsbein zu erreichen. Der Spieß steckt noch immer darin. Alter. So, jetzt ist die Frage, was für ein Spieß. Aber okay. Also in Baden-Württemberg sagt man ja Splitter. Also ist der Splitter der Spieß. Aber ich denke, wir reden hier von anderen. Ein circa 20 Zentimeter langer Grillspieß. Wer hat denn bitte einen Grillspieß in seinem? Egal, ich habe den Spieß untersucht. Ach so. Ein circa 20 Zentimeter langer Grillspieß. Er ist die ideale Waffe gegen die Juckattacken. Die dich manchmal quälen. Du versuchst, den Spieß aus dem Gips zu ziehen, indem du den Fuß so weit wie möglich nach oben ziehst. Geschafft. Cool. Komm, wenn man den Spieß eingibt. So. Okay. Und jetzt? Öffne. Sarg mit Spieß. Es ist stockdunkel hier. Zünde Streichholz an. So, und jetzt? Jetzt öffne Sarg mit Spieß. Öffne Sarg mit Schappies. Du weißt nicht, wie du den Sarg öffnen könntest. Ihn mit dem Spieß einfach aufzuhebeln, wird nicht funktionieren, da er, dafür ist er einfach zu schmal. Er würde sich sofort verbiegen. Das Streichholz geht aus. Wir könnten ein Loch durch den Sarg stechen, weil der ist ja nur aus Plastik. Okay, Bohrloch mit Spieß. Ups, falsch geschrieben. Womit willst du den Spieß bohren? Nee, Bohrloch in Sarg mit Spieß. Ich habe nur folgendes verstanden. Den Spieß in den Sarg bohren. Ja, wie auch immer, halt wichst das Ding da rein, Alter. Meine Güte. Also pass auf, die korrekte Syntax ist, Bohrloch in Sarg. Den Spieß brauchen wir gar nicht erwähnen. Weißt du, aber diese Textparse sind auch manchmal, weißt du, so. Die wollen es halt auch nicht verstehen. So Dieben. Ja. Benutzen verstehe ich nicht. Ja, Gewalt ist keine Lösung. Mit aller Kraft versuchst du, mit dem Spitzenende des Spießes ein Loch in den Bereich vor dir zu stechen. Immer wieder bearbeitest du dieselbe Stelle. Das Material ist entweder zu hart oder zu dick. Du schaffst es nicht. Oh, hier, da kann man Streichholz dranhalten, dann ist es weich. Weißt du, anschmelzen. Wir haben ja nur zwei, komm. Schmilz. Nee, Erhitze, oder? Ja, okay. Erhitze, Sarg mit Streichholz. Mal gucken. Ja, das geht nicht. Okay, dann pass auf, wir haben bloß noch zwei Stück. Wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir schreiben. Schmilz, Sarg mit Streichholz. Oh, ich weiß. Ich weiß es. Wir machen den Spieß direkt heiß. Ja, ich wollte es gerade sagen. Erhitze. Nee, warte. Okay, pass auf. Zünde Streichholz an. Mann, halte Spieß in Flamme. Spieß mit Streichholz. Ah, Mann. Spieß in Flamme oder so? In Flamme? Nee. Halte Spieß in Feuer. Mann, das geht alles nicht. Einfach nur Erhitze Spieß vielleicht? So wie ich die Diva hier kenne. Mach das Ding heiß, Mann. Erhitze Sarg vielleicht. Steck Spieß in Feuer. So, das kannst du ja nicht sehen. Cool. Ent, zünde Spieß. Das ist mir jetzt egal. Zünde Spieß. Kannst du nicht anzünden. Okay. Bring Spieß zum Glühen. Bring Spieß zum Glühen. Och Mann, das geht alles nicht. Das ist doch Kacke. Wir könnten unsere Jacke anzünden. Aber irgendwas hier drin anzünden, ist schon doof. Richtig gute Idee. Okay. Danach gibt es Grillbrune. Vor allem, ich möchte kurz anmerken. Ja. Jedes offene Feuer in diesem Sarg, nicht, dass es so viele gäbe, aber verbraucht Sauerstoff. Nur so nebenbei. Ja, aber das ist jetzt unser geringstes Problem. Ach so, okay. Ich dachte gerade, das wäre unser größtes. Aber hey. Na gut, aber wenn wir nicht rauskommen, dann ist es auch egal, weißt du. Also ob wir dann unter der Erde sterben oder hier oben. Och wurscht. Das ist eine Betrachtungsweise, gebe ich zu. So. Ich bin raus. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen sollen. Steck. Spieß. Nee, oder hier. Pass auf. Halte. Feuer. Nee, wie heißt das? Streichholz. Unterspieß. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich halte Streichholz an Sarg gemacht und sowas. Das geht auch nicht. Kombiniere. Ich glaube, wir haben ihn noch nie kombiniert. Mein Arsch, ey. Niemals geht das. Kombiniere Streichholz mit Spieß. Geht nicht. Ich untersuche mal das Feuer. Nee, okay, das geht nicht. Bier ist auch alle, ey. Und Flamme geht auch nicht, okay. Erhitze. Ich muss dich sagen. Wir liegen da drin, haben Spieß in der Hand. Und Feuerzeug. Wir könnten kratzen. Haben wir es mal mit Kratzen probiert? Ja, das. Kratzer. Sarg. Das klingt schon so doof. Mit. Mit Spieß. Zündespieß an. So etwas kannst du ja nicht sehen. Ja, Logen, Alter. Mann. Lass mich raten. Das ist bestimmt schon wieder aus, das Ding, oder? Nee, es ist noch an. Da hält es ziemlich lange, das Ding. Können wir irgendwas mit dem Streichholz und dem Gips machen? Wenn Gips brennt, wird. Ja, aber dann ist doch dein ganzes Bein verbrannt. Na, vielleicht ist da irgendeine so eine komische chemische Reaktion, dass, weiß ich nicht, Schwefel entsteht oder sowas. Genau, und das öffnet dann auf magische Weise den Sarg. Ja, ich gebe zu, es ist nicht ganz durchdacht. Hm, nicht ganz, hm. Können wir den Spieß nochmal untersuchen, vielleicht? Naja, genau, untersuchen wir den nochmal. Naja, nee. Nee, das hatten wir ja schon, genau. 20 Zentimeter. Ist die ideale Waffe gegen Juckattacken? Weil man da so kratzt, ne? Eigentlich. Ist das ein Hint? Hm. Nee. Halten, positionieren, legen. Warte mal. Leg Streichholz auf Spieß. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Okay. Warte mal. Du he... Oh Gott. In Klammern. Hebst... Dazu hebst du ein Streichholz erst auf. Du hast die Streichholze bereits. Du musst die 1 Streichholz in der Hand halten, um sie auf etwas anderem ablegen zu können. Ja, okay. Dann halt nimm halt, meine Güte, Streichholz. Haben wir doch. Okay, du hast die Streichholz. Okay, verkehrt. Dann leg Streichholz auf Spieß ab. Kommt der gleiche Text nochmal. Also ich habe Leg Spieß auf Streichholz gemacht und dann Dinge auf ein Streichholz zu tun, bringt vermutlich nichts. Was heißt vermutlich? Wir sind in einer ausweglosen Situation. Eben. Wollen wir die Komplettlösung gucken? Ja, gibt's eine? Ich meine, irgendwo sowas gesehen sie haben. Echt? Weil ich habe eben geguckt nebenbei und nichts gesehen. Ich glaube im Hauptmenü oder so. Irgendwie, mir ist so. Im Hauptmenü? Warte, Info. Nee. Hä? Info? So, hier. Hilfe für dieses Spiel. Hinweise im Spiel. Hint-System. Okay, mal sehen. Obwohl das Spiel eine Komplettlösung besitzt, ist es manchmal hilfreich, kleinere Hilfestellungen während des Spiels zu erhalten. Diese bekommt man durch das Kommando Hinweise. Aha. Soll ich mal tippen? Ja. Mach mal Hinweise. Manche Spieler finden die Möglichkeit, sich Hilfe mittels Hinweisen zu holen, allzu verlockend und befürchten, diese Funktion vorherig zu verwenden. Das kann den Spielspaß erheblich bremsen. Daher gibt es die Möglichkeit, diese Funktion dauerhaft auszuschalten. Falls du diese Möglichkeit wählst, ist es jedoch später nicht mehr möglich, die Hinweis- Funktion wieder einzuschalten, außer du schaffst das Spiel mit Neustart neu. Möchtest du Hinweise ausschalten? Ja oder nein? Nein. Ich will sie sehen. Wie komme ich aus dem Sarg? Aha. Okay, jetzt komme ich in ein komplett neues Menü. Ja, jetzt steht die Frage da. Wüsste ich gern. Ja, ich habe hier, bevor wir dazu kommen, ich habe noch gesehen, es gibt Sonderbefehle. Und zwar kann man Punkte eingeben, um die Punkte zu erhalten. Es gibt aber auch den Befehl Ziel, um das unmittelbare Ziel zu erhalten. Sound an, aus. Und das habe ich noch nie gesehen. Es gibt Gewalt aus und Gewalt an. Und dann steht hier, dass das Spiel ein Thriller ist. Und in solchen Geschichten gibt es natürlich auch Kraftausdrücke und Beschreibung von Gewalt. Und wenn man das nicht haben möchte, dann kann man die Gewalt ausschalten. Finde ich nicht gut. Hier, pass mal auf. Also einer, also der erste von neun wahrscheinlich Hinweisen. Ja. Steht da. Vielleicht solltest du einmal checken, ob du okay bist. Soll ich H drücken, um einen weiteren Hinweis zu bekommen? Leer-Taste um. Ich gehe mal kurz Ziel ein. Okay, zweiter ist, untersuche deinen Mantel. Hatten wir schon. Untersuche deinen Gips. Hatten wir auch schon. Vier von neun. Nutze die Streichhölzer mit Bedacht. Ja, zu spät. Wir haben jetzt noch eins. Fünf von neun. Um den Spieß aus dem Gips zu drehen, solltest du kein Streichholz anzünden. Hä? Haben wir doch schon. Gips zu drehen. Komisch. Sechs von neun. Schau dich systematisch im Sarg um, wenn du ein Streichholz angezündet hast. Sieben von neun. Kannst du dich erinnern, was mit dem Sarg passiert ist, als du ihn in die Rampe ... Ja. Ja, okay, da ist ja die Schnalle. Ach so, das heißt, man soll am Kopfende suchen oder was. Ah, und da wahrscheinlich ... Ja, okay, pass auf. Acht von neun. Die obere Schnalle des Sanitätssarges wurde beim Aufprall gegen die Tür beschädigt. Okay, neun von neun. Ja, nicht so viel gucken. Ja, okay. Okay, beenden oder was nehme ich an? Also, schau Kopfende an. Ne, untersuche Kopfende vielleicht? Ja, wie soll das gehen? Untersuche Sargdeckel vielleicht? Oh ja, okay. Moment, Moment, Moment. Untersuche Sargdeckel macht das Text. Ich habe gerade zum ersten Mal U-Sarg eingegeben. Ja. Haben wir noch nie Untersuche Sarg eingeben bisher? Sind wir so doof? Weiß nicht. Okay, krass, ey, wir sind voll doof. Also, soll ich meins mal vorlesen? Mhm. Also, ich habe jetzt den Sarg untersucht. Obwohl dir das Herz bis zur Kehle schlägt, versuchst du nicht hektisch zu atmen. Um das brennende Streichhölz nicht versehentlich auszublasen. Bei mir brennt übrigens kein Bränen. Anne, doch, brennt noch. Entschuldigung. Zitternd führst du es vor deinem Gesicht ein wenig hin und her, um dir einen Überblick zu verschaffen. Jetzt hast du Gewissheit. Du liegst in dem Kunststoffsarg, der in der Aufbewahrungsaufbahn ist. Halle stand und in dem das Medaillon lag. Panik steigt in dir hoch. Das Streichhölz geht aus. Es scheint dir, als würde dich die undurchdringlichen, mit großen bla bla schwarzen, okay. Plötzlich hörst du aus Einhänge entfernen das Starten eines Motors. Dann ist da ein Geräusch, das so klingt, als würde Metall auf irgendetwas aufschlagen. Der Motor wird dabei immer lauter. Du kannst es fast vor dir sehen, wie sich die Schaufelzähne des kleinen Baggers in die Erde graben. Ah, alles klar, die baggern unser Loch. Ja, okay. Okay, also pass mal auf. Bevor wir es machen, wir haben ja bloß noch ein Streichhölz, ne? Ja. Wir können ja eine kleine Pause machen. Machen wir nächste Folge weiter? Ja, wir sind ja schon bei ganz vielen Minuten. Ja, 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 das stimmt. Lass, ja, okay, dann müssen wir halt. Das ist mal wieder eine Folge, bei der man zuhören konnte, wenn man es unbedingt wollte, ne? Naja, können wir jetzt auch nichts dafür. Aber hey, also so lange haben wir jetzt auch nicht rumgedödelt. Das stimmt, das stimmt. Ja. So. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine große Freude. Hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, wir befragen uns aus dem Sarg und finden dann vielleicht raus, wer wir eigentlich sind. Weil ich habe immer noch nicht so richtig eine Ahnung. Aber gut, wir sind anscheinend Bruno, Heidel, Dö, von dem wir bisher noch nie was gehört haben. Aber mal gucken. Du, ich tippe nur noch random Buchstaben ein. Ich raff's sowieso schon nicht mehr. Na gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.